Hier möchte ich euch heute mal wieder ein Filmvorfilmgerät vorstellen. Der Bauer P5 mit Lichtton und Magneton. Da habe ich nicht genug Platz im Zimmer, deshalb kann ich Ihnen nicht den Projektor komplett zeigen. Ich gehe jetzt mal her. Das ist das Gerät, hier die Einstellungen, Motor an, aus, vor, zurück und die Amperezahl der Rohrleistungslampe. Die hat 1000 Volt. Hier die Einstellungen des Tons, Lautstärke, Höhen, Bässe, Magneton, Lichtton und Lautstärke. Die Pilotlampe, hier ist die Filmführung. Der Film wird von dieser Rolle abgewickelt. Auf das Zahnrad und das Zweigreifersystem, die ich in die Lichtton abtasche, zurück zu der Filmsprulle. Ich schalte das Gerät jetzt mal ein. Viel Spaß damit! Bis zum nächsten Mal! Das ist ein Blick auf die Leidwand. Das ist ein Blick auf die Leidwand. Das ist ein Blick auf die Leidwand. Und ich hoffe es hat Spaß gemacht. Auf Wiedersehen.